Ciao Amici, Servus bei MiPiace.at. Ein Sommertag Anfang März, es hat über 20 Grad ideal, um endlich, endlich wieder mit der Vespa rauszukommen und wir haben uns heute noch einmal und wieder die Vespa Elektrica vorgenommen. Das große Thema dieser Tage ist zwar Corona, mein großes Thema heute ist allerdings Greta. Wir haben uns dem Umweltschutz der grünen Idee verschrieben und fahren heute elektrisch durch die Wiener, herrliche Wiener Innenstadt. Die Vespa Elektrica ist zwar schon letztes Jahr rausgekommen, hat allerdings für den Jahrgang 2020 ein wirklich wesentliches Update erhalten und dieses Update sehen wir hier. Es ist die rote Markierung. Die rote Markierung sagt uns folgendes, der heftigste Kritikpunkt des letzten Jahres wurde ausgemärzt, denn die Vespa Elektrica geht jetzt 70 kmh. Ich persönlich muss sagen, ich fahre gern mit der Elektrica, aber erst mit dem Jahrgang 2020. 50 kmh waren mir einfach zu wenig, auch wenn in der Stadt nur 50 kmh erlaubt sind. Aber ich brauche ein bisschen mehr Power zum Zweiradfahren. Es gibt natürlich Straßen, gerade in Wien, die eine höhere Geschwindigkeit verlangen. Die Südostangente zum Beispiel, auf die man sich jetzt auch ohne Windeln wagen kann. Man kann mitschwimmen. Ein leichter Commuterverkehr ist denkbar und möglich. Von Mödling nach Wien hinein zum Beispiel, von Kloster Neuburg hinein fahren. Das ist alles jetzt mit der 70 kmh Variante der Vespa Elektrica möglich geworden. Ich habe die Vespa Elektrica platt auf voll übernommen, dann noch einmal angesteckt, damit der Akku wirklich voll ist und sie hat mir eine Reichweite von ungefähr 80 km für die Wiener Innenstadt angezeigt. Ein gewisser Diskussionspunkt ist immer noch das Laden, weil die Batterie dieser Vespa nicht herausnehmbar ist. Das ist vielleicht etwas an dem Piaggio für das nächste Jahr zum Beispiel 2021 arbeiten könnte. Die Reichweite ist allerdings so gut, dass man auch mit einem solchen Akku durchkommt. Vorausgesetzt man hat die Möglichkeit die Vespa zu Hause oder im Büro an einer Steckdose zu laden. Irgendwie freue ich mich, dass Piaggio Vorreiter ist in der elektrischen Mobilisierung und doppelt erfreulich, dass die Entwicklung weitergeht. Die Produkte leistungsfähiger werden. Alles immer noch im klassischen coolen Mantel einer Vespa. Man gleitet aber vollkommen lautlos mit genug Antritt, Drehmoment, Power durch die Stadt. Kein Zweitakt schnattern der klassischen Schalt Vespas der 60er, 70er Jahre und auch nicht das harte Schlagen des 300er Motors vielleicht noch mit einem Akrapovic drauf. Nein, man gleitet wirklich tonlos durch die Innenstadt. Freundliche Blicke, Thumbs up. Man ist in der Neuzeit angekommen im Jahr 2020 und trotzdem führt man die Tradition des wirklich klassischen Motorrollers fort und das kann nur heißen Vespa. Eine Vespa Elektrica ist kein billiges Stück, sie ist aber auch nicht billig gemacht. Dieser Motorroller ist ein Blechroller, in alter Tradition von Piaggio, in feinster italienischer Qualität, gefertigt, langlebig und vor allem wertbeständig. Zum Fahren muss man sich jetzt umstellen, wenn man von einer 125er Benzin Vespa kommt, vielleicht umsteigt von einer Zweitakt Vespa. Das Fahrgefühl vom Handling ist gleich jeder anderen Vespa. Die Wendigkeit durch die kleinen Räder, das geringe Gewicht, das die Manövrierfähigkeit vor allem in der Stadt natürlich extrem unterstützt. Man sitzt relativ tief in der Vespa drinnen, das heißt es sind beide Füße bei der Ampel und beim Rangieren jederzeit am Boden. Es ist sehr einfach dieses Gerät zu bewegen. In diesem Fall eine Typisierung für 125 Kubikzentimeter, was es aber auch erlaubt Personen, die den B-Führerschein haben, dieses Fahrzeug zu lenken. Vielleicht noch weiter zur Praktikabilität dieser Elektriker. Kofferraum gibt es, ja, ist aber eher für das kleine Herrengepäck gedacht. Ein Handschuhfach. Ich habe meine Sachen drinnen. Ein Helm könnte sich ausgehen, allerdings nur ein spezieller Jethelm und es ist wirklich auszuprobieren, ob das funktionieren kann. Wenn wir schon dabei sind, laden. Wie wird geladen? Wir haben schon ein ganzes Video zum Thema Laden gemacht. Das Kabel ist fix verbaut. Die Frage ist nur, wo steckt man es an? Vielleicht noch einmal ein aktueller Bezug zu der Situation, in der sich Europa und Österreich im Moment befindet. Natürlich ist eine öffentliche Verkehrsversorgung zu begrüßen, insbesondere aufgrund des grünen Gedanken, der aber sowieso von diesem Fahrzeug hier getragen wird. Aber vielleicht ist es doch interessant, sich heutzutage individuell in der Stadt fortzubewegen, ohne die Umwelt zu belasten mit Abgasen, Geräuschemissionen. Man kann sich nicht anstecken, man hat Spaß. Ich glaube, dass die Vespa Elektrica hier ein wirklich super Angebot ist. Bis zum nächsten Mal.